Leicht auf dem Körb. Ja, das muss man auch erwähnen, das Auto hier ist eine wahnsinnige Zicke auf den Körbs. Also da muss man, wenn man die Körbs nutzt, muss man damit ausreichen, dass das Auto gleich komplett ausbricht. Und das ist nicht so ohne. Da muss man da schon ein bisschen aufpassen. Oh mein Gott, da komme ich auf den drauf. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Forza Motorsport 5 hier auf dem Pixelheldenkanal zur 101. Folge. Ja, die ersten 100 sind geschafft und ja, wir möchten natürlich keine Zeit verlieren und auch die Karriere fortsetzen, weil da haben wir auch noch ein gutes Programm vor uns und da möchten wir ja nicht schleifen lassen und möchten da vorankommen. Und ja, zuletzt in der Karriere sind wir, haben wir ja die Streckenspielzeuge gefahren. Richtig geile Autos und unter anderem mit dabei der KTM X-Bow oder der Lotus 2-11. Ja, und Forza wäre nicht Forza, wenn sie dem nicht eins oben draufsetzen könnte, denn wir kommen jetzt zu den ultimativen Streckenspielzeuge. Und ihr seht hier einen auch schon vor uns und zwar den Aerial Atom. Ein wirklich krasses Fahrzeug, hat glaube ich rund 600 Kilo und über 500 PS, so wie er jetzt hier aufgebaut ist, also fast ein PS zu Kilogramm Verhältnis von 1, also fast Formel 1 Niveau. Ein bisschen noch mehr, Formel 1 ist noch ein bisschen krasser, aber trotzdem, das ist schon richtig, richtig übel. Und ja, verlieren wir keine Zeit. Hören wir uns doch erstmal an, was Top Gear hier zu dieser Veranstaltung eigentlich zu sagen hat. Es sind fast Fahrzeug, es sind sehr schnell, und es sind sehr, sehr schnell Fahrzeug. Und dann sind es Fahrzeug für die ganze neue Worte brauchen. Fahrzeug wie der Aerial Atom V8. Wenn ich erst auf den Original Atom habe, ich glaubte nicht, dass die Menschen-Sensors, oder Face, könnte nie mehr von einem Pounden übernehmen. Clearly, however, die Leute, die in Aerial's top-secret shed in der English-Countryside, thought ich war falsch. Das ist warum, ein paar Jahre später, Aerial hat gesagt, es wäre eine gute Idee, zu entfernen den Supercharged 275-hp-Honda-Engen von der Atom, und verwendet es mit einer 500-hp-Honda-V8. Lightweight Trackday-Specials sind einfach nicht mehr extrem als das. Captain Slow hat noch nicht aus dem Fahrzeug zu fahren, aber ein U-Made aus stärkerer Sachen. Jawohl, aus härterem Holz müssen wir wohl geschnitzt sein, wenn wir uns in dieser Kategorie bewegen wollen, weil die Fahrzeuge haben es in sich. Und kurz, auch bevor wir ins erste Rennen springen, zur Erläuterung im Vergleich zu diesen normalen Streckenspielzeuge. Die sind auch vom Gewicht her sehr ähnlich wie diese hier. Allerdings haben sie deutlich mehr Leistung. Wie gesagt, das Verhältnis geht dann schon in die Nähe von 1 zu 1, also PS zu Kilogramm. Und das ist halt schon richtig heftig. Allerdings sind sie vom Handling her, beziehungsweise vom Krip einfach, nicht besser wie die. Das heißt, man muss hier viel, viel mehr Geschwindigkeit abbremsen, viel, viel mehr Power auf die Strecke irgendwie bringen. Das ist auch natürlich beim Herausbeschleunigen natürlich ein großer, großes Aufwand, aber genauso auch beim Anbremsen und bei der Kurvenfahrt. Also die haben es schon in sich. Und ich möchte jetzt auch schon so weit gehen und sagen, das sind jetzt die Fahrzeuge, die vom Niveau, von der Schwierigkeit her, bis jetzt sogar schon fast das Schwierigste, was wir bisher in Let's Play gefahren sind. Das sind jetzt diese Fahrzeuge, die jetzt kommen, zumindest vom Anspruch her. Und ja, da können wir uns gemeinsam drauf freuen, auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, wir beginnen hier mit dem Aerial Atom 500 V8. Das ist die große Version. Jeremy Clarkson hat es ja gerade eben erwähnt. Da gab es ja die 280 PS-Version, noch die kleine Version. Aber wir werden hier diese große Version fahren und die hat es auf jeden Fall in sich. So, ich wähle es aus. Und wir gehen nach Sebring. Und ihr seht jetzt oben rechts, oder vielleicht seht ihr es auch nicht, aber ich erwähne es jetzt extra, restliche Rennen 9. Ja, normal sind es eigentlich 10. Und das erste Rennen bin ich außer Seen schon gefahren, bis ich dann gemerkt habe, dass ich meine Stimme, die ihr ja jetzt ja hört hoffentlich, nicht aufnehme. Zum Glück noch rechtzeitig gemerkt. Und das ist dann gleich abgebrochen. Das erste Rennen ist leider schon gefahren worden. Nichtsdestotrotz werdet ihr in der kompletten Karriere jetzt hier oder in der kompletten Veranstaltung hier bei den ultimativen Streckenspielzeugen trotzdem 10 Rennen kriegen. Ich werde einfach noch ein Bonusrennen dann in zwei Folgen machen. Also heute fahren wir auf jeden Fall jetzt 3 Rennen, ganz normal. Und dann kommen wir... Also ihr seht schon, wenn es soweit ist. Also wie gesagt, wir werden auf jeden Fall 10 Rennen fahren. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Aber jetzt keine Zeit verlieren. Wir gehen auf den Sebring Clubkurs. Eben hier in der Schweiz immer gefahren. Haben den fünften Platz gekriegt. Und ja, war schwierig. Wie gesagt, das Auto zu beherrschen. War gar nicht so einfach. Ja, vieles, was ich jetzt da schon gesagt habe oder ja, was ihr aber nicht mitgekriegt habt, werde ich jetzt hier nochmal versuchen, dann zu sagen und auch zu zeigen. Und ihr werdet auch gleich sehen, die Autos, beziehungsweise das Auto hier, das ist dieser Aerial Atom. Der hat es schon richtig in sich. Da muss man schon sehr konzentriert sein. Da muss man auch nicht nur auf die Gegner achten, auch auf die Strecke und vor allem auch auf sein eigenes Auto achten. Wir fahren jetzt hier ein Multiklassenrennen. Das heißt, da sind noch langsamere Fahrzeuge mit dabei. Gucken wir uns das Ganze an. Wir fahren jetzt hier ausschließlich gegen Aerial Atoms. Aber die langsamen Fahrzeuge, das sind die Oldtimer, ein alter 300er SL Mercedes, eine Corvette C1, ein Jaguar E-Type, ja, sind auf der Strecke noch vertreten. Denen müssen wir natürlich auch noch ausweichen. Also jetzt zusätzliche Herausforderungen. Ich bin mal gespannt, was wir hier so reisen können. Und ja, jetzt geht es gleich los. Konzentration muss jetzt hochgefahren werden. Das könnte jetzt auch so eine Folge sein oder zum besten gesagt mehrere Folgen sein. Wo ich jetzt vielleicht während dem Rennen eher weniger rede, weil ich mich doch sehr stark auf das Ganze konzentrieren muss. Ja, hier gibt es auch schon die erste Berührung. Ihr merkt schon, das ist schon ein ganz anderes Niveau hier. Boah, da muss man echt aufpassen. Als kleiner Tipp gleich zu Anfang, achtet auch unten rechts auf die Telemetrie, wie ich mit dem Gas und der Bremse spielen muss bei diesen Fahrzeugen. Das ist nämlich gar nicht so ohne. Gerade Vollgas geben ist hier nicht immer gerade möglich. Das ist echt nicht so einfach. Das Niveau ist hier bei den Fahrzeugen schon krass. Jetzt komme ich ein bisschen quer. Das wird gleich ausgenutzt. Das ist hier ja ganz eng. Das Brutale ist halt die Beschleunigung. Also man kommt hier so schnell auf eine hohe Geschwindigkeit. Das ist echt der Wahnsinn. Da werden die Geradenstrecken kommen auf einmal einem richtig kurz vor. Da kommt schon wieder der nächste Bremspunkt. Das ist nicht so ohne. Und es ist echt nicht einfach, das Ganze hier zu beherrschen und dann auch noch ein Rennen zu fahren. Also ich glaube, das Auto allein auf der Strecke zu bewegen, ist Anspruch schon genug. So, jetzt versuche ich mich jetzt hier mal so innen reinzubremsen. Sonst komme ich ja hier nicht mehr weiter nach vorne. Strecke bietet eh nicht so viel Überholmöglichkeiten. Vielleicht auf dem Körb. Ja, das muss man auch erwähnen. Das Auto hier ist eine wahnsinnige Zicke auf den Körbs. Also da muss man, wenn man die Körbs nutzt, muss man damit ausrechnen, dass das Auto gleich komplett ausbricht. Und das ist nicht so ohne. Da muss man da schon ein bisschen aufpassen. Oh mein Gott, da komme ich auf den drauf. Ja, das hat jetzt richtig Zeit gekostet. Und Schwung. Und ja, jetzt sind die Reifen hinten komplett heiß. Ja, läuft schon mal überhaupt nicht gut. Sind wir letzter bei uns in der Klasse. Kleiner Unfall und schon ist alles wieder vorbei. Also ich sage ja, das Niveau hier bei den Fahrzeugen ist brutal. Ganz klar. Das ist echt nicht so einfach. Gucken wir, dass wir da wieder irgendwie rankommen. Das ist jetzt echt die Sache hier. Kleiner Unfall. Unnötiger. Ich dachte, so lang ist die Schnauze nicht. Aber da war sie noch ein bisschen länger. Bin ich in den Vordermann gecrasht. Sehr ärgerlich. Ja, hier. Die Kurve ist auch sehr eng. Ja, jetzt kommen wir aufs Grün. Das ist natürlich ganz schlecht. Das Fahrzeug ist da echt eine Zicke. Und auch die Bremspunkte sind nicht so einfach einzusehen bei dem Fahrzeug, weil das alles relativ schnell geht. Also es ist im Vergleich zu den anderen Streckenspielzeugen, die haben dort richtig noch Spaß gemacht. Hier ist es dann schon ein harter Kampf. Hier ist es einfach nur krass, was technisch möglich ist, beziehungsweise was Gewicht und Leistung im richtigen Zusammenspiel ausmachen. Aber mehr auch nicht, weil fahrerisch sind die einfach krass. Gerade dieser Aerial Atom ist hier echt heftig zu fahren. Ihr seht, wie schwer ich mich tue. Sieht, glaube ich, schon fast aus wie so ein Anfänger, was ich hier zusammenfahre. Jetzt kommen hier auch noch ein paar langsamere Fahrzeuge dazu. Kann ich jetzt den einen oder anderen Platz hier noch gut machen. Wünschenswert wäre es ja. Aber ja, siebter Platz, müssen wir uns damit begnügen. Das war jetzt hier keine so gute Leistung. Sechster Platz haben wir noch geholt. Aber ja, mehr haben wir jetzt da nicht rausgemacht. Ja, wie gesagt, ihr seht, das Niveau ist krass. Kleine Fehler werden sofort bestraft. Und die Treibatare, ihr kennt es ja, die fahren sowieso, wie es kein Morgen gäbe. Ja, im Normalfall hätten wir je nachdem sogar einen richtig dicken Schaden gehabt. Wir haben ja zum Glück keinen Schaden an. Deswegen haben wir das Ganze noch gut überstanden. Aber wie gesagt, ein gutes Ergebnis war das auf keinen Fall. Da müssen wir uns noch steigern. Aber wie gesagt, das ist auch echt vom Anspruch, vom Niveau her sind die Fahrzeuge echt heftig. Aber ihr müsst euch das auch vorstellen. Das Auto hat hier 600 Kilogramm und fast auch an die 600 PS, so wie es hier aufgebaut ist. Also das ist schon richtig, richtig übel. So, speichern wir natürlich die Wiederholung noch ab für euch. Und springen zum nächsten Rennen. Gucken wir mal, wo es hingeht. Als nächstes wartet erneut eine Veranstaltung auf dem englischen Silverstone Circuit auf uns. Jo, der Silverstone Circuit. Ich denke, eine Strecke, da könnte sich der Ariel Atom oder Atom ganz, ganz gut wohlfühlen. Aber auch hier werden wir natürlich wieder ans Limit kommen. Das ist ganz klar von uns vor allem oder von mir vor allem. Also ich muss sagen, ich bin ja schon jetzt ein paar Autos gefahren hier. Wir hatten auch schon echt schwierige Kandidaten dabei. Aber der verlangt hier echt vieles ab. Das muss ich ganz klar so sagen. Gerade hier im Let's Plays finde ich es sehr, sehr schwierig. Gerade durch das gleichzeitige Reden noch. Hier sehen wir auch noch was für Konkurrenz wir noch dabei haben. Wir hatten noch einen Radical SR8 und ein Ultima GTR 720 mit am Start. Das sind auch zwei ganz üble Fahrzeuge. Und ja, gegen die müssen wir jetzt bestehen. Aber wie gesagt, ich bin erstmal zufrieden, wenn ich so ein ganz annehmbares Rennen mit dem Ariel Atom überhaupt hinkriege. An Top-Platzierungen will ich jetzt gar nicht denken. Auch wenn es jetzt einfach nur ein bisschen blöd lief gerade eben. Also da wäre vielleicht schon ein guter Medaillenplatz eigentlich drin gewesen. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal. Vielleicht jetzt hier auf der englischen Grand Prix-Strecke. Können wir vielleicht was reißen. Wie gesagt, vom Crip, beziehungsweise ja von der Kurvengeschwindigkeit, die wir mit den Autos erreichen, sind wir da nicht viel schneller. Wenn überhaupt gar nicht schneller, wie die normalen Streckenspielzeuge, also KTM X-Bow oder Lotus 311. Aber von der Top-Speed und von der Beschleunigung ist es natürlich ein ganz anderes Niveau. Und das merkt man auch. Das kommt ziemlich weit raus. Hier auf die Curves, das ist gefährlich. Hier mit diesem Auto. Das muss man einfach nochmal dazu erwähnen. Bis jetzt aber sieht es noch alles ganz gut aus. Jetzt rechts sehe ich auch die Bremse. Zwischendurch schleusen. Ein bisschen das Heck. Mal aufpassen. Also wenn man zu schnell in die Kurven geht, mag das Auto auch nicht. Jetzt bin ich fast hier hinten drauf gefahren. Boah, der zieht jetzt direkt vor mich. Erstmal vorbei hier. So, jetzt hier innen drin vielleicht überholen. Also ich muss mich hier echt mega konzentrieren, das glaubt ihr gar nicht. Wie gesagt, kann nicht so viel reden, wie ich es vielleicht sonst gerne täte. Jetzt hier während der und den Folgen in der Veranstaltung. Aber die Konzentration hochhalten ist echt krass. Kleiner Fahrfehler, ein bisschen nicht aufpassen. Und schon kann es übel werden. Vor allem, ich habe gerade gesehen, der eine Treiber-Tar war sehr aggressiv unterwegs. Ich meine, ich habe ihm auch nicht viel Platz gelassen. Da müssen wir ehrlich sein. Boah, ganz gefährlich hier. So. Ihr merkt schon, ich fahre auch viel in ein bisschen höheren Gängen. Einfach, um die Räder gerade beim Rausbeschleunigen nicht gleich durchdrehen zu lassen. Das ist manchmal gar nicht so schlecht, ein bisschen den Gang höher zu haben. Wir haben auch sowieso viel Spielraum, dadurch, dass das Auto jetzt sehr hoch dreht. Und mit dem her, müssen wir mal gucken. So. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal auf Goldkurs. Das ist doch schon mal echt richtig top. Aber noch haben wir es nicht geschafft. Und der da vorne fährt neben raus. Und wir sind fast schon hinterher gefahren. Aber, habe ich es nochmal rechtzeitig gemerkt. Wir können jetzt uns daran vorbeisetzen. Fünfter Gang runter. Zweiter Platz. Alles ganz gut aus. Hier ein bisschen zacht um die Kurven. Wie gesagt, die ganz schnellen Kurven hat er auch nicht so gern hier. Und bald haben wir die Runde geschafft. Und dann haben wir sogar noch eine Runde. Aber wer da an Platz 1 rankommt, weiß ich nicht. Es wäre mir auch egal. Goldmedaille wäre auf jeden Fall schon ein richtiges Erfolgserlebnis. Mit den Fahrzeugen. Oder mit dem Fahrzeug. Wie die anderen sich fahren. Das werden wir noch in den nächsten Folgen sehen. Weil, genauso wie in der letzten Veranstaltung, werde ich hier auch die Fahrzeuge wieder mit jeder Folge wechseln. Wir bleiben also nicht beim Aerial Atom. Sondern, werden auch noch den Ultima und den Radical fahren. Und wie die sich dann so fahren, das werden wir dann sehen. Aber der Aerial, soweit, kann ich sagen, ist echt nicht leicht zu beherrschen. Ist echt ein geiles Fahrzeug irgendwo. Aber, auch echt. Ja, eine Zicke möchte ich nicht sagen. Es ist einfach ein Biest. Es ist Wahnsinn. Also, da merkt man regelrecht, wie dieses Gewicht zur Leistung einfach echt krass ist. Also, das zu bändigen ist nicht so ohne. Wir sind aber schon mal näher ran an Platz 1. Also, vielleicht könnte es ja noch was werden. Aber, wie gesagt, Platz 2 wäre mir auch schon viel wert. Jetzt sind die Reifen ein bisschen blockiert. So, wie sieht die Bremse. Aber wir sind dran, auf jeden Fall. Nur keinen Scheiß bauen. Das Rennen wegschmeißen. Das haben wir auch in letzter Zeit schon öfters mal geschafft. Du musst Fahrmanöver. Ja, wir bleiben hier auf der Strecke. Ich dachte schon, wir fliegen fast ab hier. Ein bisschen schneller in die Kurve rein. Als ich zunächst wollte. Oh, jetzt kommen wir richtig nah. Wann muss man auffassen, dass wir da nicht in eine Kollision geraten. So, früh aufs Gas. Können wir jetzt hier im Beschleunigungsduell uns vorbeisetzen. Ja, er ist hinter uns. Jetzt konzentriert bleiben. Ganz eng am Körb. Ja, aber auf der Strecke läuft es anscheinend ganz gut mit dem Aerial Atom. Die drei Runden Renndistanz war jetzt auch gar nicht so schlecht. Also, für zwei Runden wäre es wieder, finde ich, zu kurz gewesen. So konnten wir jetzt eigentlich ein schönes Race erleben. Lief jetzt aber auch nahezu federfrei. Und ja, wunderbar, liebe Leute. Da schaffen wir es tatsächlich, dieses Fahrzeug auf Platz 1 zu bewegen. Und ich muss schon sagen, ich komme hier schon richtig ins Schwitzen. Also, das Niveau mit den Fahrzeugen ist echt krass. Und ich bin echt mal gespannt, wenn wir später in der Karriere dann noch wirklich zu den Indy-Cars oder zu den Formel-1-Autos kommen. Ich glaube, da wäre das Ganze nochmal noch krasser. Aber das ist schon mal auf jeden Fall ein guter Vorgeschmack, was da auf uns zukommt. Das ist ganz, ganz klar. Ja, und ein Rennen fahren wir jetzt noch. Und dann bin ich mir gespannt, ob wir nochmal in eine Gold-Position kommen. Das wäre ja schon echt phänomenal. Jetzt speichern wir erstmal das Video natürlich ab. Und setzen das Ganze fort. Und gucken wir mal, wo hier unsere Folgenfinale für heute stattfinden wird. Geht zurück nach Abu Dhabi auf den Yars Marina Circuit. Der Heimat des großen Preises von Abu Dhabi. Ja, der Yars Marina Circuit, den Südkurs werden wir fahren. Da bin ich mir sicher, dass wir dann auch wieder kein Rennen, sondern eine Veranstaltung fahren werden. Da bin ich ja mal gleich gespannt, was auf uns warten wird, tut. Ja, und wir fahren ein Autocross-Event, nämlich wieder ein Slalom. Durch die Pylonen dürfen wir uns schlängeln. Und das hat das letzte Mal mit dem KTM super funktioniert. Bin ja mal gespannt, ob wir das mit dem Aerial Atom auch hinkriegen. Eine 2,5 müssen wir wieder schlagen. Das war es, glaube ich, das letzte Mal schon mit dem KTM. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir das hinkriegen. Blöd ist nur, dass wir jetzt einen Rechtslenker haben. Und ich bei Rechtslenkern meistens so nicht so den richtigen... nicht das richtige Gefühl für das Ausmaß unseres Fahrzeugs habe. Aber jetzt gucken wir einfach mal. So. Hier durch. Bis jetzt passt das alles ganz gut. Ganz eng hier. Lieber ein wenig vorsichtig, weil Strafzeit möchten wir auch nicht. Das kostet nämlich dann auch viel Zeit. So, ich muss ein bisschen weiter rechts bleiben, weil ich rechts sitze. Also ich habe hier links ja noch ein bisschen was. So, da gucken wir doch mal hier rein. So. Wow, hier wird es ganz eng. Und da lang. Uiuiui. Und hier durch. Hier wird es immer enger. Ich traue mich gar nicht so schnell, hier durchzufahren, ehrlich gesagt. Aber wir müssen uns schon ein bisschen beeilen. Von der Zeit her könnte es sonst ein bisschen eng werden. Regelrecht. Das Lalom. Nein, hier müssen wir hier noch durch. Jetzt kam erst der Richtungswechsel. Jetzt hier durch. Uiuiui. Ja, wir haben es fast geschafft, meine lieben Freunde. Von der Zeit her sieht es ganz gut aus. Jawohl. Und durchbescheuert durch Start und Ziel. Also, wunderbar. Hat doch geklappt. Mit Vorsicht haben wir trotzdem die Goldzeit ganz gut geschlagen. Ich glaube, 1,39 hatten wir jetzt. 1,25 haben wir gebraucht. Kein Tor kaputt gewahren. Durch alle gut durchgekommen. Also, von dem her. Ja, wunderbar. Hat doch geklappt. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon an der Ende von der Folge. Drei Veranstaltungen sind wir gefahren. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge schon wieder. Und zwar werde ich dann, wie gesagt, ein anderes Fahrzeug nehmen. Entweder den Radical oder den Ultima. Das sehen wir dann noch. Und beziehungsweise ihr werdet es sehen in der nächsten Folge. Wisst ihr dann Bescheid. Und ja, da würde ich dann einfach mal sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Alle die Ohren steif. Und ja, bis dahin muss ich meine Konzentration wieder ganz, ganz hoch schrauben. Weil mit diesen Fahrzeugen muss man auf jeden Fall auf der Hut sein. Also, bis dann. Euer Ray. Ciao, ciao.